hallo und herzlich willkommen bei loreline.de mein name ist aglis wir machen den erfolg schlaft jetzt im feuer dafür kriegt ihr einen erfolgspunkt und ein schnipsel von sequels of the obscure beherrschung damit bekommt ihr erfahrungspunkte hier um auszuleveln und was müsst ihr dafür tun ihr müsst schlafen und zwar in lava zuallererst portet ihr euch mal nach trockners licht das ist die wegmarke dann geht es hier rein wir nehmen mal kurz der himmelsschuppe um um uns ein wenig schneller fort zu bewegen so satz beendet hier rein hier rein hier rein und hier ist lava und da rein jetzt enter slash schlafen oder sleep und das war es auch schon jetzt am besten noch raus bevor man stirbt aber das war der erfolg viel spaß beim nachmachen und viel glück bei weniger sterben bleibt man aber nicht vergessen wir hören uns sehen uns beim nächsten mal bis dahin und tschüss